Ja, ziemlich hübsch. Auf jeden Fall. So, was gibt's zu sagen? Es ist vielleicht nicht gerade taktvoll, das zu sagen, wegen all der Menschen, die ihr zu Hause verloren haben. Aber ich finde, dieses Chronopolis sieht irgendwie pittoresk aus. Was ich damit sagen will, ich fände es nett, wenn jemand, vielleicht ein lieber Neffe von mir, ein paar schöne Fotos machen würde. Natürlich nur, wenn dafür Zeit ist. Das ist wirklich lieb von dir, Schatz. Danke. Welche Art Bild hätte ich denn gern? Hm, ich hätte gern ein Foto, auf dem eine Sphinx, diese große schwebende Stadt, die wie eine Schüssel aussieht, und Kanks elektrisches Hochhaus zu sehen sind. Das klingt doch nach einer spannenden Kombination, findest du nicht? Äh, ja. So. Mist, jetzt habe ich mir wieder nicht zugehört. Was will sie haben? Hören wir ihr nochmal kurz zu. Sag mir mal an. Und was willst du nochmal Foto haben? Nehmen wir kurz nochmal. Gebt ein... Äh, ja. Den hier. Den hier brauchen wir nochmal. Hast du vergessen, worum ich dich gebeten hatte, Schatz? Das macht doch nichts. Ich hätte gerne ein Foto, auf dem eine Sphinx, diese große schwebende Stadt, die wie eine Schüssel aussieht, und Kanks elektrisches Hochhaus zu sehen sind. Das klingt doch nach einer spannenden Kombination, findest du nicht? Äh, ja. Das klingt... Das klingt vor allem nach Ägypten. Das, das, dieses Ding hier, den Tower, den sehen wir sowieso immer. Die schwebende Stadt kriegen wir auch noch irgendwie mit drauf. Wo ist denn die schwebende Stadt? Die schwebende Stadt ist, glaube ich, da drüben eher. Oder die schwebende Stadt? Wobei, was meinst du mit Schwebender Stadt? Meint sie, meint sie das da oben mit Schwebender Stadt? Ja, wahrscheinlich. So, aber wir müssen auf jeden Fall mehr Richtung Pyramiden, äh, mehr nach Ägypten, weil wir doch die Pyramiden nicht, äh, die Sphinx nicht drauf haben. So, die Knöpfe, wege sich rechts, links, oben und unten von gedrückten Knopfen ändern den Zustand. Aha. Okay. So, wie gesagt, hier in Streams wird nicht gegrüßt. Ähm, da ist die Sphinx schon mal. Das heißt, wir müssen irgendwie von hinter der Sphinx oder so das Foto machen. Thanos sollte es eigentlich auch geben in dem Game. Ich habe ihn aber momentan noch nicht. Keine Ahnung, wo es den gibt. So, das... Das Sphinx wäre da. Die Stadt sieht man auch von hier aus. Vielleicht schaffen wir es sogar, das alles auf dem Selfie zu bringen, oder? Probieren wir es. Also, wenn wir das alles auf dem Selfie bekommen, dann sind wir gut. Dann wäre das ein sehr episches Selfie. Ähm, drehen ein bisschen. Ja, 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 ja. Scheint alles drauf zu sein, ist sie mir... Oder? Die schwebende Stadt zählen, glaube ich, noch nicht ganz. Okay, ich glaube, ich muss... Ah, nein, keine Filter drauf machen. Ich glaube, wir müssen doch den Kameramodus wechseln, sonst wird es schwierig. Äh, drehen, 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 drehen. Typisch übergroße, sture Katzen eben. So, was zählt denn als... Ich glaube, die Sphinx ist momentan noch nicht mit markiert, oder? Kann das sein? Ja, die Sphinx ist momentan noch nicht mit markiert. Ich muss hier noch ein bisschen weiter weg, damit die Sphinx noch richtig markiert wird. So, jetzt ist auch die Sphinx gerade markiert gewesen. Sphinx ist markiert. Alter, ist das schwierig. Jetzt! Jetzt ist auch die Sphinx dabei. Jetzt! Nein, jetzt ist das oben wieder nicht. Jetzt sind gerade alle dabei, wenn ich das richtig sehe. Foto schießen. Foto ist gemacht. So. Sollte gezählt haben. Mehr, wenn nicht. Ich meine, es hat gezählt. Ich meine, es hat gezählt. Ja, auf jeden Fall geiles Foto. Vor allem mit diesem Filter noch dazu. Also, was will man denn mehr? Was will man denn mehr? So. Ja, beim nächsten wieder ein Selfie. Also, da wäre es, glaube ich, gerade echt schwierig geworden mit dem Selfie. Da hat mir einfach viel zu wenig Platz, um das Selfie wirklich tief zu machen. Wer diesmal dahinter steckt. Aber da gibt es wieder Ärger vor deiner Haustür. Zeig's ihnen! So, und momentan können wir uns doch nicht um Ärger kümmern. Momentan müssen wir hier erstmal unsere Fotos abgeben. Und wehe, das hat nicht gezählt, das Foto. Wehe, wehe, wehe. Aber ich meine, es war gut. Ich habe ja meinen eigenen Foto-Apparat mitgebracht. Doch danke, mein Schatz. Die sind wunderschön geworden. Leider sind all meine Bilderrahmen bei mir zu Hause, in welcher Dimension das auch sein mag. Bis dieses Problem gelöst ist, muss ich das Bild umladen in ein sozialistisches Netz. Anscheinend läuft da eine Art Ausstellung. Wenn mir noch weitere Fotomotive einfallen, lasse ich es dich wissen. Und falls du irgendetwas von mir brauchst, melde dich unbedingt. Ruf deine Tante May ab und zu mal an. Also, die Finale schaue ich nicht. Das ist mir zu früh am Morgen. Und das Rätsel gehe ich jetzt nicht nochmal an. Ne, 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 das mache ich. Das mache ich offline. Abseits vom Stream und hängt es einfach direkt an den Stream dran. So. Machen wir mal das Rätsel hier noch. Äh, die Mission hier noch. Mit dem netten Herrn, wer auch immer das ist. Müsste hier auch gleich um die Ecke sein. Gibt es denn keinen, der meine Vision verstehen kann? Wir werden versuchen, sie zu verstehen, deine Vision. Die Arbeit mit Howard an diesem Videospiel war problematisch. Meine Idee für den letzten Endgegner hat er lachend abgetan. Aber ich denke, ihm fehlt einfach die Vorstellungskraft, um zu begreifen, wie fantastisch sie ist. Als versierter Spieleentwickler weiß ich aber, wie ich dieses Problem lösen kann. Manche Ideen lassen sich besser zeigen als beschreiben. Also brauchen wir einen Prototyp. Wir verkleiden dich als meinen Bösewicht und du führst deine fantastischen Bösewicht-Fähigkeiten vor. Bösigkeiten. Nun, bist du dabei? Ähm, ja. Gute Entscheidung. Ich zeige dir mein Design für den Charakter. Du hast doch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, oder? Egal. Sieh zu, dass du aussiehst wie der Bösewicht. Dann können wir mit der Demo beginnen. Okay, dann werden wir uns mal den gemeinen Hühnchenbösewicht zusammenbasteln. So, diesmal nehme ich aber eine Waffe mit, dass mein Bösewicht nicht ganz so unbewaffnet ist, wie beim letzten Mal. Wie mein eigener Eins, der war letztes Mal ein bisschen unbewaffnet, das war ein bisschen unpraktisch. Na, dann eine Maze habe ich jetzt erstmal nicht. Ich werde jetzt erstmal hier die Missionenmacher machen, die mir fehlen. Ich wollte ja eh nur bis 10 Uhr machen. Von daher. So, das hätten wir schon mal. Schaut sogar hier auch ganz interessant aus. Man kann auf jeden Fall ziemlich viel schichtige Charaktere machen, das muss man im Spiel lassen. Gott, gibt es da viele Sachen hier. Huiuiuiui. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist ganz oben. Da ist es. Da haben wir es gefunden. So, und jetzt müssen wir ihm noch irgendeine Waffe geben. Ähm, Hände. Achso, kann man nur die... Da kann man linke Hand, rechte, oder beide Hände kann man auch Waffen... Ne, das sind bloß die Farben. Ähm. Extra-Teile. Da kann ich ihm bloß irgendwelche Rüstungsteile oder sowas geben. Ah, da sind Waffen. Sehr gut. Was wollen wir denn haben? Schusswaffen. Waffenart. Gras, was es hier alles gibt. Fusionspistole. Fusionspistole ist gut. Kann mir nur eine Waffe geben. Ah, Waffenposition. Beide Hände natürlich. Ja, Fusionspistole in beiden Händen, würde ich sagen. Und schon ist unser eigener Charakter gar nicht so schlecht. So, es gibt keinen Thanos in dem Spiel. Entschuldigung. Okay, das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, es gibt ihn hier in dem Spiel. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Das ist natürlich super. Wenn ich hier gleich immer berichtigt werde, wenn ich einen Fehler mache. Na dann, geht's mal hier raus. Und wir fliegen wieder. Ich hätte mir ein Jetpack noch dazu holen sollen oder so. Dann wäre das Ganze ja schneller jetzt gegangen. Wurscht. So. Einmal genommen. Und dann fliegen wir wieder hier auf die andere Seite. In der Nähe braut sich was zusammen. Zu unserem Freund hier unten. In der Nähe des Ostkopf-Buildings. Du weißt, wo du dein Aussehen ändern kannst, oder? Wenn das mein Spiel wäre, hätte ich bestimmt ein Tutorial für solche Sachen vorbereitet. Tada. Sieht gut aus. Wir können von Glück sprechen, dass ich dieses Meeting mit Howard ansetzen konnte. Sonst telefoniert er den ganzen Tag mit Publishern und... Moment. Wir haben doch noch gar keinen Publisher. Dieser Faule. Was? Der schießt... Ich hab mir doch extra eine Laserpistole gemacht. Wieso schießt er damit nicht? Okay, er boxt damit nur. War wunderbar. Hat sich ja gelohnt, diese Dinger hier zu kaufen. Sobald Howard auftaucht, treibe ich ein paar Feinde auf, die du bekämpfen kannst. Also gut, Vorbosch. Fass dich kurz. Ich habe nach diesem Meeting ein weiteres Meeting. Über Meetings. Aber wir arbeiten doch nur zu zweit an... Pah, egal. Weide deine Augen an. Kikarikäle! Was? Niemand ist vor diesem hohenbesiegbaren Feind sicher. Oh, klasse. Geflügelwitze. Ich versichere dir, das ist eine furchterregende Kreatur. Und nicht einmal gute. Ich habe gar keine Ahnung, was du meinst. Strahlen muss ich machen mit der Waffe. Okay. Der macht gar nichts mit den Waffen momentan. Ich kann auch keinen Strahl machen. Also ich habe auch keine... Jeden, der sich mit ihr anlegt. Eier nach dem anderen. Die Wortspiele sorgen dafür, dass mir das Ganze weniger gefällt. Das weißt du, oder? Was? Die Wortspiele machen das doch irgendwie besser. Ja, da hat auch keine Ahnung, der Kerl. So, mal ihren Finisher zeigen hier. Umwickeln wir die Gegner. Der Stream geht noch so lange, bis wir hier mit Manhattan durch sind. Für den König. Ah, das war schön. Schön draufgehauen. Um. Ziemlich? Wenn die Leute beim Chronocon das nicht lieben, dann fresse ich meinen Kochtopf. Ah, ich glaube nicht, dass der Kochtopf gut schmeckt. Ach, verflixt. Die Chronocon ist ja schon bald. Warum stehen wir hier herum und quasseln? Wir müssen ein Spiel fertigstellen. Aber ich glaube, dass ich irgendwann den goldenen Play-Button bekomme. Das würde bedeuten, dass ich eine Million Abonnenten habe. Boah. Das ist so viel, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das irgendwann mal haben werde, ehrlich gesagt. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass wir das Ding ja auch wirklich entwickeln müssen. Danke für deine Hilfe, Freund. Wenn du zu Chronocon kommst, schau bei unserem Stand vorbei. Nein, nicht lecker Kochtopf. Ah, ah, der schmeckt nicht. So, Vorboschman hätten wir freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut. Ich könnte meinen Silver Play-Button hier, äh, Gold färben, das stimmt, ja. Oh, der. Hier spricht Gwenpools körperlose Stimme. Deine heroischen Taten haben eine meiner unglaublichen Gwenpool-Missionen freigeschaltet. Los, finde sie. Apropos Chronocon. Aber der Golden ist auch deutlich größer. Du hast doch die Tickets besorgt, oder? Es gibt zwei Gwenpool-Missionen. Okay. Ähm, ich dachte, du kümmerst dich da drum. Hm. Das habe ich nun davon, mich mit laufendem Kochgeschirr zusammenzutun. Also, die Gwenpool-Mission werde ich nicht mehr machen. Die mache ich im nächsten Stream. Das ist doch immer ein guter Anfang für eine Stream, so eine schöne Gwenpool-Mission am Anfang, oder? Das ist doch nicht schlecht. Die gibt es auf jeden Fall im nächsten Stream. Haben deine Spione im Wasser schon was entdeckt? Nö. Vielleicht haben wir sie schon in die Flucht geschlagen. Ach, Mist. Okay. Schauen wir mal. In deiner Nähe braut sich Unheil zusammen. Du ziehst so Sachen an wie ein Magnet, oder? Sowieso, ich bin der Unheilsmagnet. Haha. Aber ich muss einen Strahl bei der Charaktererstellung ausrüsten. Ah, okay, danke. Okay. Alles klar. Ob ich lieber Schinken oder lieber Salami? Erst lieber Schinken. Bin ich so der große Salami-Fan, muss ich zugeben. Alles klar, Leute. Macht euch bereit. Unsere Fischtruppen melden, dass unsere Feinde näher kommen. Hätte das Chip-Mankor nicht die Beobachtung übernehmen können? Ein Fisch kann ja wohl keinen besonders hochgelegenen Aussichtsposten einnehmen. Keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt kämpfen. Und wir werden kämpfen. Wo sind meine Freunde? Da sind meine Freunde hier. Und da kommen auch schon die Gegner, die gegen uns kämpfen wollen. Netter Versuch. Aber unser Chickenwing-Kollege hier kümmert sich schon um sie. Es wird Zeit, unser Versprechen zu halten und den Park ein für allemal zu säubern. Wir fegen Feinde um, statt den Boden zu fegen. Und schubsen, statt zu schrubben? Klingt auf jeden Fall spaßiger. Das ist nicht unser bestes Material. Na. Wer traut sie noch zu uns in den Park? Habt ihr schon genug? Schöner Finisher. War's doch schon. Nein, es geht noch weiter. Wie heißen nochmal die Dinger, mit denen man Müll aufsammelt? Ähm, Müllgreifer? Ja, genau. Angreifen statt Müll greifen? Mehr fällt mir nicht ein. Wie viele kommen da noch? Warst du nicht der mit den Spionen im Wasser? Naja, irgendjemand hat Dreck in den Teich getreten. Das Einzige, mit dem sie jetzt Sichtkontakt haben, ist eine große braune Wolke. So. Die Hand des Königs. So, Finisher. Mein Hut trägt den einfach weg. War nicht ganz so effektiv. Jetzt ist er auch wieder im Unbesiegbarkeitsmodus. Ne, jetzt ist er wieder im Unbesiegbarkeitsmodus. Jetzt kommen wir wie die ganzen starken Gegner hier. Jetzt haben sie auch wieder... Ja, ich glaube, die machen auch gerade Chicken McNuggets aus ihm. Ich glaube es wirklich, ja. So. Schön, wir haben ihn in seinen Kollegen reingehauen. Ah, die können sich auch gegenseitig schocken. Das ist praktisch. Oh, diese Blitztypen, die sind aber auch ganz schön nervig. War so richtig Schaden hier. Aber wir haben Raketenwerfer und damit machen wir auch ordentlich Schaden. Und den haben wir im Nahkampf weg. Ich glaube, danach haben wir es auch schon fast geschafft, oder? Nein, es gibt noch eine dritte Welle. Auf mich auf Commander Rex mit Battlezone freue. Ist der wirklich schon bestätigt, dass es den geben wird? Ich habe mich meine Ausbildung nicht vorbereitet. Oh nein. Was? Was ist passiert? Ich habe vergessen, die Kaution für die Popcornmaschine zu bezahlen. Oh Junge. Doreen wird dir was erzählen. Da kannst du was erleben von Doreen. Wer auch immer Doreen ist, aber du kannst was erleben. So, der da hinten ist... Ah, jetzt ist er nicht mehr aufgeladen, jetzt kann ich wieder auf ihn schießen. Nein, schieß auf ihn, bevor er wieder sein... Ja, genau. Bevor er das andere wieder hatte. Oh Mann, so viele Gegner hier. Oh nee, die rösten mich hier schon wieder alle. Nein, ich möchte nicht geröstet werden. Der Stream kommt nicht auf YouTube, äh, nicht direkt hier, sondern der kommt erst, ähm, später auf YouTube. Als ganz normale Videos von dem Let's Play. Das seht ihr dann auch hier in der Videobeschreibung von dem, äh, also in der Beschreibung von diesem, äh, Stream hier steht auch, äh, ab welchem Part der Stream auf YouTube landen wird. Also, ab welchem Part von dem Let's Play. Sag mal, was sind das für Ninjas? Raketenimmune Ninjas, das gibt's doch nicht. Komm her. Ey, ich hab den doch... Mann! Auf durchzudrehen hier, du blöder Ninja. So. Jetzt hat's jetzt gleich ausgedreht hier. Weg mit dir. Na komm, erledigt auf den blöden Ninja. Jawohl, jetzt haben wir ihn erwischt. Das hat ihm wehgetan, das ist gut. Sag mal, also diese Ninjas sind ja anstrengend. Jetzt hör auf, hier durchzudrehen. Der boxt einfach alles weg auf seinem Weg. Den kann man nur treffen, wenn er steht. Das blöde Hut ist mir schon wieder weg gewesen gerade. Der hat sogar mehrere Angriffe hier, der Ninja. Aber das wird ihm auch nicht helfen. Immer noch nicht. So, jetzt aber. Mann, 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 Mann. Haben wir's? Okay. Ach, da können wir später drüber reden. Wir sind ganz schön hinter dem Zeitplan, was die Vorbereitung für die Benefizveranstaltung angeht. Ach ja. Du kommst doch, oder? Das wird super. Es gibt Snacks, Musik, ein Modok-Cosplayer. Modok? Das ist der Moderator? Das ist der einzige, den wir so kurzfristig auftreiben konnten. Egal. Das wird spitze. Hoffentlich sehen wir uns dort. Na, dann schauen wir mal, ob wir uns da sehen. Das ist das Kang und ständig mit diesen Drohnen beobachtet. So. Den hätten wir auch freigeschaltet, wer auch immer das ist. Oh, mach mal schneller wieder hier weg. So. Oh, noch eine Gewandpool-Mission? Hey, du dachtest doch wohl nicht, dass du so hilfreich sein könntest und dann keine Gewandpool-Mission freischaltest, oder? Zieh sie dir rein! Danke nochmal für alles. Schau bei der Veranstaltung vorbei, wenn du es einrichten kannst, ja? Wir haben hier gleich zwei Gewandpool-Missionen freigeschaltet. Krass. Also, nächstes Mal gibt es auf jeden Fall viele Gewandpool-Missionen. Das ist auf jeden Fall garantiert. So, wo war ich? Gerade nochmal, ich tue gerade noch einen Charakter. Habe ich sehe hier, H-J-K-L-M. Wo ist denn J-J-J gewesen vorhin? Äh, J-K-L-M, der ist da oben irgendwo gewesen. Genau, den Charakter soll ich nämlich kaufen. Hat sich jemand gewünscht. Ich weiß nicht, wer es ist. Iron Man aus dem Wilden Westen. Warum auch nicht? Wilden West, Iron Man, schaut auf jeden Fall cool aus. Kann aber keine Raketen. Oder? Ach, der schießt. Ja, doch, er macht diese Dinger. Die müssen eigentlich wie Raketen funktionieren. So. Er kann nicht fliegen? Der Iron Man kann nicht fliegen aus dem Wilden Westen. Sorry. Da werde ich mir auch nochmal einen anderen Charakter gönnen. Was für eine Sitzung. Ich habe gehört, was mit A-Bomb passiert ist. Offenbar haben immer mehr Heldenschwierigkeiten damit, ihre Wut zu beherrschen. Kein Wunder. Kang gibt ihnen ja auch jede Menge Anlass. Vielleicht auch nicht. Wenn die Leute von meiner pazifistischen Einstellung profitieren können, bin ich gerne bereit zu helfen. Vorher musst du mir noch etwas holen, das ich für mein Anti-Aggressionstraining dringend benötige. Knuddelfreund. Ich würde mir General Grubus auf jeden Fall wünschen. Oder Obi-Wan. Obi-Wan wäre auch cool. Das weiß ich zu schätzen. Indem du die Rolle des Knuddelfreundes übernimmst, unterstützt du A-Bomb und viele andere bei der Aggressionstherapie. Stimmt, mittlerweile haben wir über eine Milliarde hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir sollen uns hier... Oh, 60% haben wir mittlerweile. Oh, wir haben heute viele Prozente geschafft. Ähm, wir sollen uns hier... ...wieder ein Teddybären zusammenbauen. Auch das kriegen... Ups. Auch das kriegen wir hin. Ein bewaffnet ein Teddybären, das wäre ja auch mal was. So, Helme. Helme gibt es nicht ganz so viele. Der Teddybär sieht auf jeden Fall cool aus. So, wo ist der Rest vom Teddybär? A-C-F-G. Schauen wir mal, ob das hier alphabetisch auch wieder ist. R-S-T-B-Teddybär. Teddy, ja! T-Wi-Teddybär. Das war schon mal richtig. Jetzt gucken wir doch nochmal gerade wegen dem... Waffen. Äh... Schusswaffen. Farbewaffe, Waffenart... Wieso hat der nicht geschossen? Ich verstehe es nicht. Soll ich da noch einen Strahl ausrüsten? Hm? Fähigkeiten. Ah, da wahrscheinlich mit dabei. Ah, okay, da kann ich sogar... ...halten gedrückt. Wenn ich die normale Taste drücke, da soll er... Äh... Ah, okay. Kraftfeld. Krass, was man da jetzt machen kann. Explosiver Angriff ist immer gut. Was kann ich da noch machen? An, aus. Was? Achso, da kann ich den explosiven Angriff theoretisch noch bearbeiten. Okay. Alter, kann man dann viele Sachen hier belegen. Oh Gott, da ist man ja... Da ist man ja ewig beschäftigt. Na, komm. Wir brauchen den Charakter jetzt nur gerade hier. Das schauen wir uns mal anders an. Und wir brauchen den Charakter jetzt eh nur... Ah, jetzt kann er immer einen explosiven Angriff. Tatsache. Auch nicht schlecht. Naja, warum auch nicht? So. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier raus. Hinaus. Ins Glück. Und zurück zu unserer Mission. Ups, die Mission ist ja jetzt noch deutlich markiert. Und da fliegen wir auch hin. Mit Iron Man, wie sich das gehört. So, da war unsere Mission. Das hat einen unglaublich beruhigenden Effekt auf die Leute. Wanda hilft das immer sehr, wenn eine ihrer Laun sie überkam. Was? Hä? Ich hatte ihn doch gespeichert. Wollte schon sagen. Ich hatte den Teddy doch gespeichert. Du machst also mit, Knuddelfreund. Da fühle ich mich gleich ruhiger. Nicht, dass ich vorher nicht ruhig war. Es war okay, dass die Kellnerin fertig telefoniert hat, bevor sie mir meinen Kaffee brachte. Oh, ich glaube, da rastet gleich jemand aus. Jetzt, wo unser liebenswertes Maskottchen wieder bei uns ist, muss ich nur ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Dann kann unser Anti-Aggressionstraining beginnen. Ach, Mist. Ich wollte einen Haartrockner holen, um diesen gefrorenen Typen in der Höhle aufzutauen. Aber dann hat mich irgendwas abgelenkt. Oh, dieser Felsen da sieht aus wie meine Mama. Den Typen in der Höhle haben wir doch schon geholt. Du hast was gemacht und dadurch hast du was anderes freigeschaltet. Genau, eine weitere Gwynpool-Mission erwartet dich. Mehr Gwynpool-Missionen bitte. Vier Gwynpool-Missionen, glaube ich. Ne, drei. Krass. Krass. So viele Gwynpool-Missionen, die wir hier freigeschaltet haben. Das ist echt krass. So. Dann machen wir das Rennen hier. Vorausgesetzt, wir haben das richtige Fahrzeug. Bucky können wir da freischalten, habe ich gerade gesehen. Falls du deinen Fotoapparat bei dir hast. So, apropos Bucky. Es lohnt sich übrigens, den Black-Panther-Film bis zum Ende zu schauen. Also auf die Credits anzuschauen. Ähm. Da ist doch noch irgendwas. Naja, da ist jemand im Eis gefangen. Auch dich werden wir von deinem Leid erlösen. So. Na, ich glaube, in Lemuria wohnen keine Lemuren. Das bezweifle ich dann doch eher. Außer sie haben irgendwelche Tauch-Utensilien dabei. Ah, falsche Seite. Hier soll noch eine Rennen sein. Was bist du für ein Rennen? Ah, ein Lieferwagen-Rennen, oder? Oder, oder? Ja, Lieferwagen-Rennen. Na gut, Lieferwagen-Rennen können wir nicht machen. Da ist bloß noch das verfluchte Rätseln. Der Lee retten wir hier noch. Und dann sind wir hier, glaube ich, auch so weit. Ich da sehe, durch. Ja, das ist der Lee. Retten wir jetzt noch. Das Lieferwagen-Rennen können wir momentan nicht machen. Die Grand-Pool-Mission machen wir nächstes Mal. Sag mal, wie viele muss man denn hier retten von denen? Wieso haben die sich denn alle einfrieren lassen hier? Okay. Mach das, mach das. Sechs von zehn haben wir schon befreit. Ab ins kalte Wasser. Ich brauche Hilfe. Super Hilfe. Wir hatten den armen Standleader festgebunden. Ah, hier kann ich was... Okay. Hier kann ich auf jeden Fall was ausschneiden. War hier die Mafia am Start oder was? Die den armen Stan Lee hier mit 100 Tonnen Betonfuß hier festgemacht hat. Geht auch nicht. So. Hier brauchen wir irgendjemand scharfen Krallen. Ich glaube, das konnte Black Panther auch machen. Da brauchen wir nicht übrigens Skriggle Girl. So, und da geht's wieder aufwärts für Stan Lee. Es geht... Nein, Stan Lee schwimmt wieder nach unten. Bist du nicht lieber nach oben? Momentan brauche ich nicht mehr Moderatoren. Danke. Okay. So. Glauben wir... Wir haben's. Wir haben's. Oder? Zählt die Quest als erfüllt? Weil normalerweise kriegen wir doch auch nochmal irgendwas von ihm, oder? Kriegen wir da nicht nochmal was von ihm? Zählt die Quest als erfüllt? Ja, sie zählt als erfüllt. Okay, mehr will ich ja gar nicht. So, ist da nochmal eine Quest freigeschaltet worden? Nö. Die anderen Quests, die es hier momentan noch gibt, sind beide gesperrt. Na gut, dann sind wir nächstes Mal auf jeden Fall mit den beiden Grandpool-Missionen hier beschäftigt. Und noch der anderen... Da ist eine Quest freigeschaltet worden noch. Und der anderen Grandpool-Mission, die es noch hier im Avengers-Anwesen gab. Genau. Ja, doch, das dürfte auf jeden Fall langen, glaube ich. Und außerdem gibt's ja auch noch eine weitere Schicht hier oben. Wenn man hier mal raussucht... Ups, rauszoomt. Ich hab eben... Ich hab einen Goldenstein bekommen. Okay, dann hab ich das bloß gerade eben verplant. Hier gibt's ja auch noch hier... Äh... Nowhere gibt's noch. Und Attilan gibt's noch. Also, wir haben auf jeden Fall noch was zu tun im nächsten Stream. So ist es nicht. Die Aufgaben werden uns so schnell auf jeden Fall nicht ausgehen. Aber aus ist der Stream jetzt langsam. Ich danke natürlich meinen Moderatoren. Wie gesagt, am Ende von dem Video wird natürlich noch dieses komische Rätsel. Da auf der anderen Seite hier vorne... Wird hier noch, äh... Drangeschnitten. Das mach ich natürlich noch. Aber jetzt... Äh... Würde ich sagen, beenden wir den Stream erstmal. Ich danke allen, die dabei waren. Alle, die Kommentare geschrieben haben. Alle, die haben heute... Die heute Tipps geschrieben haben. Und natürlich ein ganz besonderes Lob geht wie immer an meine Moderatoren, die hier den Chat moderiert haben. Danke an euch. Und wir sehen uns im nächsten Livestream. Wann der ist, wer die auf YouTube erfahren. Und wie immer eine wunderbare Zeit. Und mögt die Macht mit euch sein. Servus. So, das eine verfluchte Rätsel haben wir hier noch in Lemuria hier. Ich bin hier direkt nach dem Stream. Also ich hab hier eigentlich gar keine Pause gemacht. Sondern mach hier direkt weiter. Das eine verfluchte Rätsel, was ich im Stream nicht lösen konnte. Eben waren auch gerade noch total viele Leute getanzten. Die sind jetzt komischerweise weg. Nicht so schlimm. So, wir machen noch das eine Rätsel hier. Es wird schon irgendwie machbar sein. So, einmal nach hier unten. So, jetzt brauchen wir noch irgendwen, der das silberne Ding da zerstören kann. Wie wär's mit Iron Man zum Beispiel. Der kann sowas doch ganz gut. So, das wäre geschafft. Damit hätten wir das erste von diesen komischen verfluchten Dingern auch gemacht. So, dann müssen wir das zweite da oben auch noch kaputt machen. Nämlich das hier. Sonst wird das natürlich schwierig, hier was zu machen. Und wir drücken es natürlich auch gleich. Ups. Weiter geht's dann zu dem hier. Da müssen wir auch was drücken. Ich glaube, sind es wirklich nur... Warten mal, schauen mal kurz. Und dann haben wir es auch schon geschafft, das Rätsel. Also, es sind nur drei Dinger, die man drücken muss. Ja. Kann man natürlich so rausfinden, wenn man jetzt ins Internet schaut. Man kann natürlich auch, wie ich, in dem Video A-V suchen und nix rausfinden. Ich finde das Rätsel immer noch ein bisschen dämlich, weil man irgendwie keinen Hinweis bekommt. Ja, es gibt, es gibt nen Dings dahinter. Es gibt sicher nen Sinn dahinter, wie das Rätsel funktioniert. Ich glaube, es sind immer die angrenzenden Dinger oder so, die sich da irgendwie bewegen. Aber, naja. Gibt definitiv bessere Rätsel im Spiel, die auch deutlich mehr Spaß machen. Naja, nächstes Mal geht's dann auf jeden Fall weiter in den anderen Welten. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht nun auch wirklich mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.